So, it's time for a du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-duel, NISS-Six! So, ich spiel Yu-Gi-Oh, Legendary of the Duelists, so wasser? So.. ahja... bin ja großer Yu-Gi-Oh Fan.. So ha ha! Da issn! Ich hab schon einen Namen von ihm vergessen Von Yu-Gi-Oh! Sexell! So, der hat auf jeden Fall erfunden mit, äh, ich hab keine Geduld Geduld zu haben Ich hab keine Geduld, Geduld zu haben. Wie heißt denn? Juma. Juma Tsukumo. So, alles klar. Und ich kämpf gegen Shark. So. Ja. Bisschen kompliziert. Fünf Karten hat man immer. Jeder, der die Serie kennt, weiß, wo drum geht. Aber in so einem Videospiel ist das halt ein bisschen scheiße irgendwie alles gemacht. Keine Ahnung. Für die Xbox, für die erste Xbox, wo ich hatte, hatte ich ein Savegame da drauf. Da ging auch einfacher das Spiel zu spielen. Da hatte ich direkt 8000 Karten oder so. 8000. Da hab ich mir ein Deck zusammengestellt. Ja. Da waren die Götterkarten drin. Exodia war drin. Alles mögliche. Nur die besten Sachen reingetan. Die stärksten. Und was ist? Keine Zauberkarten, nix. Ich hab GNADENLOS verloren. GNADENLOS. 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 Amma. Da hat noch nichts mehr zu sagen. Die besten Karten, alles zusammengestellt. Man hat sie ja gehabt. Mit dem Savegame. GNADENLOS verloren. GNADENLOS. GNADENLOS. Ach, war das schön. GNADENLOS. Aber dafür waren die Monster in 3D animiert. Und fand ich bis jetzt nur das beste. In die Yu-Gi-Oh! Spiel. Man hat jetzt direkt die Monster in 3D gesendet. Wie jetzt Karten. Und dann kommen sie ab und zu. Ne, ne, direkt in 3D. So. War vielleicht schon nicht so schön anzusehen. Weil die Grafik damals nicht so gut war. So. Hier muss man erstmal herabten, was man macht. Komm, Humor. Wir packst halt. Ja, eine Serie kann sich mal verwandeln. Mit Astral. Zusammen ergeben die Super Humor. Keine Ahnung, wie das heißt. So. Ja. Die Serie ist cool. Das Spiel, naja. Wenn man nicht klarkommt. Gut, das hier war eh das erste Video, wo ich vor dem Spiel gemacht habe. Ich hab das vorher nicht getestet, nicht probiert. Nicht geübt. Mir egal. Gibt keinen zweiten Versuch. Ich werd so direkt beim ersten Mal so gemacht. Aufgenommen. Mir egal. Gibt keinen 2 Aufnahmen. So. Aus der Skinderspiel. Das ist aber was anderes. So. Was ist denn da? Ja, keine Ahnung. Ne, Fusion. Warte. Da liegt die Stadt erklärt. So. Fusion. Oder eben Monster. Oleg. Was ist denn hier los? Oleg 3D Monster. Oleg. Cool. Oleg. Jugo ist auch gut. Oleg. Schrauben. Oleg. 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 Oleg.